Mein Name ist Irmgard Findenik. Ich präsentiere Ihnen Holzmystik. Das sind Baumstämme, Baumäste, die ich in der Natur gefunden habe und Ihnen die Kunst der Natur zeige. Mitten in der Natur, da wo ich jetzt lebe. Meine Träume zu verwirklichen und reiten mit meinem Pferd. Rot. Natürlich das Pferd. Damit kann ich auch meinen Sport betreiben, das ist das Schönste daran. Das ist der Zahir von Paolo Coelho. Meine Lieblingszene ist Journey, das ist eine Rockband aus Amerika. Geduld zu haben, die besitze ich nämlich gar nichts. Lange ruhig zu sitzen, mich nicht bewegen zu dürfen, das ist das Allerschlimmste für mich. Gerne Nudeln, ausgemacht. Ich habe gelebt und geliebt. ausgemacht. Vielen Dank.